Bei mir im Studio ist heute Ute Arnold zu Gast und Ute Arnold ist Reha-Lehrerin. Was das genau ist, das werden wir gleich herausfinden. Aber Frau Arnold, vielleicht können Sie am Anfang sagen, was ist denn das Schöne, das Tolle an Ihrem Beruf? Ich finde an diesem Beruf total schön, dass ich blinden Menschen helfen kann oder auch Sehbeeinträchtigten, ihren Alltag wieder zu meistern. Es gibt in dem Reha-Lehrer-Beruf zwei Bereiche. Das eine ist Orientierung und Mobilität und das zweite ist lebenspraktische Fähigkeiten. In Orientierung und Mobilität bringen wir den Menschen, die zu uns kommen, bei sich zu orientieren. Das kann im Haus sein, das kann aber auch draußen sein. Da gehört auch meinetwegen Wege dazu oder mal Bus fahren, vielleicht Zug fahren, einkaufen oder einfach auch die ganzen Basistechniken mit dem Landstock zu laufen. In lebenspraktischen Fähigkeiten bringen wir alles bei, was im Haushalt oder fürs Leben so nötig ist. Zum Beispiel kochen, einkaufen, was Geld unterscheiden geht, aber auch putzen oder andere Sachen, die im Haushalt wichtig sind. Und da gibt es auch zum Beispiel jetzt meinetwegen, wie mache ich meine Wäsche, wie unterscheide ich die Wäsche, wie wird sie gewaschen. Solche Sachen gehören da auch in diesen Bereich mit rein. Also Sie unterstützen und helfen dabei, ganz lebenspraktische Dinge wieder neu zu lernen oder neu zu meistern. Ganz genau, damit diejenigen, die einfach mit dem Sehen nicht mehr so gut zurecht kommen, aber ihren Alltag wieder meistern können. Und da gehören ja diese ganzen Sachen mit dazu. Und wie ist das dann, wenn Sie zum Beispiel einer älteren Dame, die plötzlich nicht mehr so gut sieht, helfen können oder sie dabei zu unterstützen, dass sie dann doch wieder irgendwie ihrer Kochleidenschaft nachgehen kann? Ich finde es einfach so toll, dass die Menschen dann das, was sie gerne machen möchten, wieder in Ansatz, manchmal aber auch wieder komplett übernehmen können. Dass sie einfach ihren Alltag wieder leben können mit den Bereichen, die ihnen wichtig sind. Das finde ich einfach so toll, weil es einfach auch eine Lebensqualität für die Menschen gibt, die einfach eine Beeinträchtigung dann haben. Und wenn Sie so eine Stunde Orientierung und Mobilität oder lebenspraktische Fähigkeiten unterrichten, wann ist das gut ausgegangen? Ich habe letztens eine Stunde gehabt, die ist einfach total klasse ausgegangen. Ich habe mit einer Schülerin den Weg von der Schule nach Hause geübt. Und das war für sie ganz, ganz lange schwer, weil sie einfach auf die markanten Punkte, so nennen wir Punkte, wo die Blinden abbiegen zum Beispiel in eine neue Straße. Und die hat sie einfach oft nicht erkannt oder überlaufen. Und dann hat sie den Weg gefunden und hat es geschafft. Und sie hat viel länger gebraucht, aber sie ist angekommen. Und es war so toll, wir waren beide hinterher so begeistert. Und jetzt geht sie seit einer Woche alleine den Weg und kommt zu Hause an. Und das ist so toll, das ist so motivierend zu sehen, dass sie das alleine schafft, was wir geübt haben. Und jetzt da an dem Punkt selbstständig ist, das ist einfach total klasse. Vielen Dank, Frau Arnold, für den Einblick in den spannenden Beruf des Rehalehrers.